ARD Text im Auftrag von funk Also die erste Aufnahme hat nicht geklappt, da hätte Marcel gewonnen. Jetzt kommt die zweite Aufnahme, weil ich hoffe, jetzt funktioniert. Mal gucken, vielleicht gewinn ich jetzt und er wird dann bestraft. Das wär so richtig geil. Das wär so richtig geil. Hast du alles extra gemacht? Ja, natürlich. Ich hab extra Aufnahmen stoppen mittendrin irgendwann gedrückt. Das klingt doch realistisch, oder? Das klingt so komplett nach mir. Aber das ändert nichts daran, dass ich die Map nicht kenn. Ey doch, die kenn ich. Ja, das ist gut. Dann kannst du wenigstens nicht wie gerade in der Faker-Runde nur eine halbe Runde laufen. Ey, ich hab extra. Du musst dich nur auf deinen Trupp und deine Waffe verlassen. Kämpfe! Du musst dich nur auf deinen Trupp und deine Waffe verlassen. Dann denkt sie so, ich darf gar keine Waffe benutzen. Checks, aber ist okay. Laufst du rechts lang? Ja. Laufst du links lang? Ja. Das war wahrscheinlich auch die clevere Idee, weil hier Gegner sind. Aber, aber er ist zu doof, mich zu treffen. Nice! Er hat Aim des Todes! Nämlich gar keinen! Da kommen jetzt übrigens Gegner dir entgegen. Ich glaub, die Map gerade war dafür ein bisschen besser geeignet. Weißt du warum? Die ist ja viel zu offen. Die ist viel zu offen, die Map richtig. Eine Runde. Ich hab auch eine Runde. Verdammt! Geht's die? Nein, die sind wieder zu dumm, mich zu treffen. Mich auch. Die hätten einen Hitmarker. Oh, fuck. So viel zum Thema. Die hätten einen Hitmarker gebraucht. Nein, das stirbt. Das ist meine Frau. Ich darf nicht sterben. Das ist echt... Also ich dachte, das wär noch einfacher, das in Destiny zu machen. Weil wegen 4 gegen 4. Aber das ist wirklich schwierig, weil die hier alles zu campen immer. Doch, jetzt komm ich durch! Ich komm durch! Easy! Boah, die haben aber auch absolut kein... Die haben einfach gar keinen Aim. Wirklich so. Zweite Runde. Moin! Ja, moin! Ey, ich... Der hat absolut keinen Aim! Ich... Nein, nein! Oh, scheinbar hat der ja doch Aim. Ein bisschen, ja! Hauptsache ein bisschen! Wie viele Runde hast du schon? Zwei! Was? Ich hab jetzt eine... Ich werd auch immer so richtig hässlich geholt. So richtig hässlich. Ich lauf jetzt auch mit dir links lang. Ich nehm dich wieder als Denkung. Absolut nicht! Absolut angenommen. Wie soll die dir denn helfen, aber mir nicht, hä? Keine Ahnung. Du bist ein bisschen weiter hinten. Ja, ich nehm ja dich als Deckung. Hab ich dir doch gerade erklärt. Das heißt, wenn du gleich beschossen wirst, sind die Gegner abgelenkt und dann kann ich einfach an dir vorbeiziehen. Easy! Den Plan hab ich mir auf jeden Fall komplett absolut gut überlegt. Irgendwie sind hier keine Gegner, ne? Das ist jetzt deine dritte Runde, ne? Ja. Während das meine zweite ist. Das belastend. Ich hab Schulterangriff gar nicht drin, aber der Gegner ist gut abgelenkt von dir. Der checkt gar nicht, dass ich absolut hinter ihm bin. Was? Was hat er bitte für ein Aim auf die Reichweite? Ja, nö! Ehrlich jetzt? Ja, ich hab schon lange die dritte Runde. Ich bin schon bei der Hälfte von der vierten Runde. Wie wär's mit... Dich. Das kann ich rauspiepsen. Das ist okay. Piep! Alter, die vierte Runde gleich. Alter, was hast du für einen Lackmann? Die Gegner haben bei mir auf einmal den übertriebensten Aim und bei dir... Warte, ich seh dich als Gegner! Was? Vor mir sind keine Gegner! Ja, super. Ich glaube, ich weiß, wer bei mir was posten darf. Ja, jede vierte Runde. Alter, ich hab noch nicht mal meine zweite fertig. Du bist echt viel besser in diesem Rundenlaufen. Du hast gerade gewonnen, diesmal gewinnst du. Das ist wirklich scheiße. Das Geile ist, jetzt werden die Gegner angezeigt, aber die werden mich niemals kriegen. Niemals. Ich würde aber sagen, wir machen einfach Best of We, aber das geht nicht mehr, weil wegen du hast dann schon zwei gewonnen. Das funktioniert nicht mehr. Aber die Map ist halt echt ungeeignet. Die Map ist halt sogar scheiße für das Video. Das gerade war definitiv lustiger. Willst du nicht rausgehen? Sollen wir das nicht nochmal neu machen? Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du gewinnst. Ich habe kein Problem damit, wenn du gewinnst. Aber das Problem ist, die Map ist halt mega langweilig. Weiß auch selber gerade. Gehst du? Weil ich bin genau auf meiner Mitte rum. Hä? Weil ich bin genau auf meiner Mitte. Ja, deswegen ist die Map scheiße. Die andere war gerade richtig gut geeignet. Obwohl, das ist ein Durchher. Ich laufe mir zum Beispiel den Gegner gerade hinterher. Ich laufe wirklich ihrem Duft. Ihrem Duft? Drei Minuten. Alter, ernsthaft? Ey, ich wollte gerade sagen, bei mir ist ein Gegner gespawnt, aber bei mir ist kein Gegner gespawnt. Alter, wo sind die eigentlich? Deswegen, das macht gar keinen Bock. Lass nochmal neu machen. Egal, das ist jemand einfach zu Ende spielt. Junge, du siehst oben, wie wenig Punkte es gibt. Ja, das sind nur noch zwei Minuten. Oh, jetzt sind die Gegner. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bitte, lass mich noch die sechste Runde völlig machen. Danke. Lass mich. Ich komme auf allen geht vorbei. Er guckt in die andere Richtung. Er guckt in die andere Richtung und, oh, 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 oh. Ja gut, habe ich gesagt, dass der Gegner wartet ja noch nicht. Oh Mann. Das Gute ist, du spawnst auch immer schön naurant. und, oh, 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 oh. Dass du auch so luck hast und einfach mal super durchkommst, ne? Wie ist das hier, ist das hier? Wie kommt die traurig? Oh, oh, oh. Aber daran siehst du auch wie schlecht das Gegnerteam ist. Weißt du, warum? Er läuft hinter uns her und checkt nichts oder macht nichts. Er ist halt wirklich genau hinter uns, ne? Was? Ich werde jetzt wieder getötet? Ja nö! Ja nö! Ja nö! Boah, nee! Vor allem, ich werde die ganze Zeit von dem Gleichen getötet. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist echt scheiße. Wie viele Runden hast du denn jetzt eigentlich schon gemacht? Boah, ich hasse dich. Ey, tut mir leid. Ich schwöre, ich werde immer getötet. Das ist wirklich scheiße. Ich sehe dich immer wegrennen und bei mir kommen die Gegner aus allen Ecken rausgesprungen. Richtig belastend, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir haben nur noch stur die Runde ins Land. Selbst wenn der Gegner sind, ist mir scheißegal. Ja, musste ja auch scheißegal sein. Lass mich, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit dir okay. Boah, Schulterangriff. Ey, sie hat mir auch immer den Arsch. Ja, ich habe überhaupt keinen Schulterangriff drin. Das ist richtig unfair. Ehrlich? Du machst gerade die neunte Runde? Ja! Ich habe neulich mal die zweite. Alter, ich habe jetzt schon wieder nicht die zweite Runde geschafft. Doch, meine Runde hat sich... Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen alle einmal... Exo! Danke! Verdient! Absolut unverdient! Er schießt mich bitte!